Yo Leute was geht? Wir fahren heute zu Boko und Zollern und ich wollte euch einfach mal mitnehmen. Das hier ist übrigens auch mein erster V-Log und dann sehen wir uns später wieder. Ein Muss bei jedem Wetter. Jeden Tag. Dieser scheiß Stau. Mann, das kann doch nicht sein. Yo, was geht? Wir sind jetzt hier. Oh Mann, wir kommen endlich mal. Autofahrt war lange. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt hier sind. Und jetzt gehen wir hier hoch. Aho! Jetzt links. Oder rechts. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal die Schilder an. Die helfen uns weiter. Meistens nicht, aber egal. Tschüss. Jo Leute, wir sind jetzt zurück von dem Fotospot und es war echt genial, die Bilder werde ich euch im Video nachher noch einpenden. Ich hoffe euch hat mein erster Vlog gefallen und wenn ihr wollt könnt ihr den Kanal abonnieren. Es werden definitiv weitere Videos folgen und wenn ihr auch Lust habt könnt ihr einen Kommentar lassen, ihr könnt mir Verbesserungsvorschläge geben, dafür bin ich immer offen und dann würde ich sagen haut rein und ciao.